Hallo und herzlich willkommen zurück bei Brickforce. Jetzt haben wir eine andere Map. Wir sind kurz danach. Achso, wir haben Marcel seine selbst abgebaute Map und ich glaube ich zauge hier 2 gegen 1. Jupp, so sieht's aus. Ja, im Hintergrund hört ihr das offizielle Album von, na gut, kein Album, sondern The Road to Priest, das ist das kostenlose Album, was Summer Priest das Event rausgestellt hat für dieses Jahr und ja, das habe ich im Hintergrund ein wenig laufen. Wenn ihr von dem Baller noch was hören könnt, natürlich. Ach, ich freue mich schon mal aufs Priest. Oh, verdammt. Alter, verdammt ist das laut, ich gehe nicht auf so ein Ding, gell. Ich wollte dich damit nur ablenken, damit ich dir dann sowas, was ich gerade getan habe, verpassen kann. Kunde! Alter! Ich werfte erstmal fette Granate auf mich. Alter, wie geht das? Ich bin geil. So geht das. Noch einen, oder was willst du noch einen? Kriegst du... Gratis. Wechselmuster da durch. Nein! Im Runterfliegen wieder, Affe. Hahaha. Wowohoho, das kann's knacken. Nein, meine Muni ist leer, meine Muni ist leer, meine Muni ist leer, meine Muni ist leer, meine Muni. Oh, geil. Geil, geil, it's mein Saps-Mod. Ah, ich werde noch 3 kills. Ja, mein Team ist. Hehehe. Also, in wenigsten habe ich dir schon mal ohne Ersten. Ohohoho. Bepass-Mod. DESPASS-Mod. Alter ich habe schon 7 kills und ihr habt gerade mal 6 kills Was? Ja 7-7 Hoi Felix Ach alles klar jetzt weiß ich sofort wo er ist Du Neger hast nicht mal alles mit Müll mit Flash verraten Trotz hat man Müll zu Flash keine Macht Kunde 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 Alter Nicht beherrscht das was ich mache Glaub mir Habs nicht zweifelt Nein 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 Oh man Oh man Ah Erstmal fliegen jetzt raus Ah Du Affe Auf 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 Ja Da In Na so oft bei der Sniper da hast du eine Chance wenn du versagst oder wenn du versagst du bist nein nein gerade da ist die Muni leer Alter jawoll 2-2 vor allem die Musik passt einfach nur dazu habe ich einen Sniper erwischt eigentlich die Kunde Hedgehog es kann nur ein Hedgehog gewesen sein das hat sich am Sturm halt jetzt WTF WTF da waren zwei da hat sich gesplittet sozusagen einer schieß ich und dann kommt ein neuer da raus WTF weißt du was ich für einen Schreck gekriegt habe wir werden ECONOMIC 13 ich krieg jetzt auch nicht einen Headshot Wer? Hier? Du! Nee, das läuft. Oh! Nur ein Arsch! Scheiße, zieht ihr auf den Beugnrück ab und er ist tot und was passiert. Nein! Affe! Alter, wie viel sinds jetzt? 3 gegen 2? Naja, das geht wenigstens besser als 2 gegen 1. Na gut, und da habt ihr auch abgeloost, also ich bitte euch. Ach, Alter, von wo schießt du mich ab? Das geht doch gar nicht. Ich hasse Stoffgewehr! Aber wie ich übelst abgehe, immer Double Kill, ein Double Kill nach dem anderen. Ich habe ein... WTF? Ich habe 21 Kills. Ich habe gerade mal eure ganzen Kills gemacht. Ja. Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Äh, Echo so geil, Echo so geil, Alter. Äh, der ist auch nur gut, weil er ein Sturmgewehr hat. Ach, Splunge und macht auch Almost. geworden das ist natürlich nein nein jetzt sterbe ich auch noch zu meiner eigenen Granat scheiß Granat, meine Granat hat mich jetzt tötet nein komm komm sterb ja hallo, nein, mein Nahkampf willst du mich verarschen oder was hier du bist ja nicht gerade sonderlich fair komm her Felix, zeig dich da oben ich will dir einen ordentlichen Headshot verpassen das ist doch mein Weichweg versteckt er sich da oben irgendwo? NEIN voll einen in die Fresse scheiße du bist doch ein Mixer du bist doch ein Lacker du bist doch ein Lacker du bist doch ein Lacker ich weiß wo du bist ich weiß wo dein Haus wohnt alter alter hat voll die Schiffe erwischt alter du bist doch 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 ne du bin und hast es gerade auf mich gezählt Ja, ich hab das gesehen. Alter, so ein Affe, Mann. Der Eko ist der, äh, das ganz toll. Hat der Scheißlack noch nicht mehr gesehen. Alter! Ach, das warst du? Ich hab gedacht, ich hab den Affen. Eko. Eko frey, sterb, Mann. Bist du das? Ja. Du warst das. Felix, wir liegen in Führung. Ja, ihr seid ja auch einer mehr und meiner trifft nicht, der Affe. Doch, er hat drei Maupen verrascht. Ja, einmal. Nee, sechs Kills hat er, Alter. Ich hab 31, ich wollte mich rollen. Ja, nachladen. Nachladen. Trotz nachladen, Marcel abgeschossen. Ja, der Affe. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Scheiße. Zweimal bring ich ihn nicht um. Alter, jetzt hab ich 35 Kills. 4 Kills mit einmal. WTF? Also, mit dem Sturmgewehr habe ich die Kills. Und Skills. Wie auch immer. Beides. Na wohl. Ich, ich hau natse um und der Eko haut mich um. Sterb, Eko. Sterb, Marcel. Boah. Boah. Boah, Alter. Ich hab mir kein... Du bist so ein Scheiß-Camper. Du bist so ein Scheiß-Camper. Bäm. Wenn du das Camper mit dir machst. Eko hat mich selber umgebracht. Hehehe. Nicht du. Das freut mich auch noch, dass du mich umbringst. Headshoot. Ich bin selber gestorben. Drei Kills zum Unterschied, ey. Zwei Kills. Drei Kills. Ja, drei Kills ungefähr noch. Hey, so ein Grund, ne? Sind wir jetzt auch mal zu dritt? Ne, immer noch zu zweit. Hey, der legt's. Da, ab, her. Alter, wie oft kann ich noch auf den draufballern? Steht Hit da. Ja, zwei gegen einen, Alter. Mit Nachladen. Hey, ich hab uns wieder in Führung geschossen, gell? Oh, scheiße. Luck. Der hat einen Luck. Wenn der eigentlich dwege Luck hat, was geht der, Alter? Na der, der schießt einmal drauf und killt. Ja, weil er cool ist, Alter. Ich hab 43 Kills. Und was hat der, der hat nur 30? Ja, mach. Ja, ja. Alter. Alter, will der Minima den Manett umpringen? Alter, ist der bescheuert. Gegen einen Nahkampf hat er keinen... Das sieht er mich, das sieht er, Felix. Doch, doch, ich hab dich gesehen. Ich hab nur, nur zu spät draufgedrückt. Ja, ich hab das gesagt. Das siehst du mich schon mal, oder? Dann ist es vorbei. Was auch selten der Fall ist, gell? Ja, nee, fix. Alter! Ey, ich hab 4162 Punkte. Jawoll. Schießt auf drei Seiten vom Aufwicht drauf. Warum auch nicht? Fucker. 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 Ah, verdammt, leider 3er. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Und das. Ein epic moment für Felix. Das spielt eigentlich von mir. Nein, hab ich nur ein HP. Ich glaub. Alter. Ohohoho. Ey, gut, schießt mich ab und ich hab ihm noch einen Headshot gelandet. Das ist geil. Das ist fargeil. Alter. Ich hab sie einfach drauf. Ich war alleine am Anfang. Alleine. Ja, das war's für diese Folge mal wieder. Schaltet's nächstes Mal wieder rein. Das war euer Marcel und Redroad. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mal wieder rein. Mal wieder rein. Mal wieder rein. Mal wieder rein. Mal wieder rein.